Hallo, der Linus und ich haben heute für euch ein Licht und ein Lied. Richtig, so wie ich jetzt hier die Kerze anzünde, möchten wir euch anstecken, anstiften mit Freude und Hoffnung. Ein Licht und wir singen, lasst euch anstiften zur Freude. Lasst uns anstiften zur Freude, lasst uns Freudenstifter sein und es finden hier und heute viele Leute wieder Freude und kein Mensch ist mehr allein, denn Gott selbst wird bei uns sein. Alleluia, Alleluia, denn Gott selbst wird bei uns sein. Alleluia, Alleluia, denn Gott selbst wird bei uns sein. Lasst euch anstiften zur Hoffnung, lasst uns Hoffnungstifter sein und es finden hier und heute viele Leute wieder Hoffnung und kein Mensch ist mehr allein, denn Gott selbst wird bei uns sein. Alleluia, Alleluia, denn Gott selbst wird bei uns sein. Tschüss! Tschüss!